Wir sehen, dass die Leipzig gegen Bfz genau ist. Halbzeitstand 0-0. Das Spiel sahen 4.242 Zuschauer. Das ist bisheriger Ausland-Rekord. Dankeschön dafür. Super Sache. Wir freuen uns nun auf die Statements von beiden Trainern. Wir begrüßen den Gästetrainer Heimer Backhaus und unseren Trainer Almin Schieber. Vielen Dank. 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 Danke an Fans und Zuschauer, der es so stark unterstützt hat. Von mir noch drei kurze, knackige Informationen. Das nächste Spiel am Sonntag, den 18.09. in Halberstadt. Nächste Heimspiel am 30.09. 19 Uhr. Flutlicht. Wieder ein Ostklassiker gegen Rot-Weiß Erfurt. Und die dritte Information nochmals wiederholung. Die Bar im Nachbarraum und Casino ist offen. Euch allen einen schönen Abend. Schönes Wochenende. Ein Ende. Unsere Berliner Gästen kommen immer raus. Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020